Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft. Diesmal Skywars. Seit längerer Zeit mal wieder und Let's fail. Viel Spaß mit dem Video. Viel Spaß mit dem Video. Let's fail. Genau. Warum sag ich immer genau? Das fällt mir in letzter Zeit auf. In der Tat. Exakt. Oder das wo ich immer zum Schluss sag. Hast du ein Schwert? Nein, hast du nicht. Da hast du ein Schwert. Da hast du ein Enderpearl. Oh, hast du geschmissen in das Schwert? Achtung. Ab in die Mitte. Das geht schief. Oh mein Gott. Da ist gerade einer. Da sind zwei. Egal. In den Krieg! Den ersten hab ich. Hol ihn, hol ihn, hol ihn. Hab ihn. Fuck! War das knapp. Das war ne sauddumbe Idee. Der hat sich gehealt auch noch. Ja, das hab ich dann auch noch bemerkt. Deswegen hab ich dich ja dann... Oh mein Gott, dir Brust. Ja, wir haben soeben erfahren, dass wir die 50 Abonnenten erreichern, ne? Ja, stimmt. Danke. Das ist ein kleiner Meilenstein. Auf einer großen Karriere. Auf einer großen Karriere. Wart's ab. 100.000 Abonnenten incoming. Ja, save, Alter. Aber nur mit der Hilfe von euch. Also... Ja, definitiv. Tja. Skalpst du abgehoben, Alter? Nein, klingt's nicht. Das ist überhaupt nicht Mess-Up Ace-Niveau. Oh, mehr Equipment-Achievement. Krasse Sache. Hast du das auch grad bekommen? Ja. Was kann das? Ich weiß es nicht. Nice. Äh, Unbreaking. Der meinte, ich will eigentlich meine Hose verzaubern. No! No! Mir fehlt ein Level! Hast du noch ein Level? Oh, ich hab... Nein. Fuck. Keiner nicht. Da kriegst du ein Unbreaking Eisenspitzeck. Äh, Eisenspitzeck. Wui. Äh, lass mich überlegen. Warte mal. Wenn das vom Arsch... Ach, schade, warte. Wenn das funktioniert, dann lache ich mir den Ast ab. Ach. Zu niedrig. Schade. Nein. Ah, fuck. Schade. Warte auf die. Nein. Alter, Ultra-Knapp. Alter, Ultra-Knapp. Ne, jetzt ist es zu spät. Schwach. Schwache Leistung. Eier! Ne, hä, die treffen wir aber auch nicht, ne? Ne, hab ich auch so das Gefühl. Ich könnte ja jetzt mal... Ich könnte ja jetzt einfach mit Enderfüller reingehen, ne? Ja, huuut. Weiß nicht. Wir könnten uns natürlich auch rüber bauen. Wär wahrscheinlich die vernünftigere Variante. Jungs, wo ist der? Geier, schreib mir zurück, keine Ahnung. Haha. Hoffentlich haben die nichts zu werfen. Drift den nicht, hast du meistens nur, wenn du in der Mitte bist. Mhm. Oder irgendein Kit bestimmst du schon noch. Okay. Die sind grad getrennt. Ein bisschen aufpassen, Frau. Darf ich mich mit der Enderpearl nach hinten sneaken? Kannst du machen. Aber die haben's schon gesehen, glaub ich, ne? Ja. Ja, die haben's schon gesehen. Schade, ich hätte dich so schön splitten können durch die Aktion. Äh, ich glaub, ich mach mir mal kurz ne Angel. Ich mach mir die ab, hier. Ganz für die. Achtung, ich... Warte, ich mach sie hier. Guck, guck. Oh, mein Hühnchen, mein Hühnchen lenkt die ab. Der andere kommt von hinten! Sollen wir rein? Ja. Ja. Oh, fuck, passt auch Lava. Okay, okay, okay. Ich hab Lava zugemust, kurz Lava zubauen. Äh... Wie, wie, wie. Okay, nice. Nice! Easy! Easy life, alter. Ja, ich würd sagen, ja, machen wir gleich noch ne Runde, oder? Naja, das war ja... Runde 2, erste Runde ging ja bisschen schnell, das war ja langweilig. Ähm... Mal schauen. Runde 2, wie sich das, was sich da jetzt so ergibt. Diesmal hab ich keine Enderpearls. Hm. Schade. Ne, egal. Aber erst mal, Dia, Brustcraft. Äh... Ich kenn ungefähr alle Minecraft-Rezepte. Okay, Vorsicht, Vorsicht, da schmeißt jemand. Äh, so wie du gerade. Das war knapp. An dir vorbei. Aber ich glaub, die haben nichts mehr. Da hat wohl einer gelieft. Guck mal, die... Oh mein Gott! Dia Boots! Oh yeah! Hm. Hier war nichts mehr. Ich hab Dia Boots. Oh yeah! Achja. Der kommt, ne? Pass auf. Ja, ich brauch noch was zu essen. Der kommt. Heilige Scheiße. Der wird's schnell machen. Easy, Alter. Dia Boots. Teil 2. Bier. Dia Boots. Nice. Oh, ich hab schon weh. Feder... Alter. Feder Fall 3. Läuft. Äh, ja. Assassin's Kit. Naja. Noch vier... Noch vier Spieler! Was ist denn da los, Alter? Hm. Das sind alles scheiße. Oh. Einer davon brennt da hinten gerade. Und ist in der Mitte. Hm. Oh lol, der hat ja nicht. Der ist ja schnell. Ja, das muss der Sieg wieder sein. Alter, guck mal hier. Ich hab was gefunden. Oh, essen. Nee? Ist grad eben gestoppt. Äh. Guck mal. Mo! Da. Da. Freaking Manana. Jetzt brauchst du Sub-Kit. Beste Leben. Ja, also ich hab paar Sub- Haha. Nice. Der hatte noch ein paar. Oh, was machen die da? Cooles. MLG. Safe. Bitte ja, dann würde ich sie so auslachen, wenn sie verkacken. Hm. Ja. Also das sind die einzigen, die liegt nur noch. Ja, deswegen würde ich so auslachen. Ey, der steht bei mir in der Luft. Der Beide. Loll. Jetzt nicht mehr. Hacker. Ganz klar. Loll. Was machen die da, alter? Ja. MLG Bros halt. Bros. Ich hab letztens gesehen, ne? Der König der MLGs nebelnäht ja überhaupt gar nichts mehr hoch gerade. Echt? Krass. Er ist komplett inaktiv. Seit paar Monaten schon. Einzige, was mir auch aufgefallen ist, dass... Ey, Ungi macht gerade auch nichts mehr. Aber dem... Bei dem liegt's am Internet. Der hat anscheinend wirklich richtig schlechtes Internet, deswegen er nicht aufnehmen kann. Was denn Opfer? Als YouTuber ist sowas richtig Opfer, finde ich. Vor allem dann noch so ein großer YouTuber, dann ist es... Oh, lol. Oh, lol. Ähm, ja. Das war knapp. Ich hab, glaub ich, dagegen gesprintet gerade, aus Zufall. Also das war echt lucky. Aber genau, das war das, was ich halt erwartet hab', dass die Schneebälle kommen. Ja, ich glaub die haben noch Paar, na ja, die haben noch Paar Fotos. Uuhuu! Ich baus einfach ein Weg mit diesem scheiß Pilzzeug. Nun ja. Der ist voll schön, man. Alter, wunderschön mit weissen Punkten bei mir. Bei mir auch. Oh mein Gott. Ihr Brosch zur Pilze. Ähm, nein. Erstmal ne Suppe essen. ja komm nasti komm servus wir können dir ja easy ja ich bin voll guck mal ich bin so sozialgesetzt noch einen zweiten daneben hey das ist unsere 50 abonnenten oh mein gott ich bin tot der hat als ob der noch so viel hat hab ihn, easy. nice! nice. gut runde 2 kein problem für die pros es ist ja schlimm dann werden wir ja auch noch zu dem youtube kanal mit guter qualität und gut skill. das geht ja gar nicht das ist ja gar nicht wer ist auf ace niveau hier können wir ja fast nicht nehmen die runden trotzdem schon mal danke fürs zuschauen wenn es euch gefallen hat lassen es wurde gefragt und zwar in den kommentaren von jack mal wieder die frage nach projekten oder so und bisher also groß minecraft projekt selber ist nicht geplant also noch nicht genau wenn sich genug leute finden die mitmachen würden weil zurzeit projekt starten ist irgendwie meistens so eher langweilig außer ihr wollt dass wir irgendwie so weiß ich minecraft die story normal durchspielen oder so späße oder einfach nur eine survival games welt aufmachen oder was auch immer ähm und ja wenn sich genug leute finden die mitspielen also auch von euch abonnenten also wenn ihr lust habt dass wir ein minecraft projekt machen wo ihr auch mitspielen dürft und könnt dann sagt bescheid wenn wir da genug leute zusammen kriegen können wir da bestimmt was machen ähm und die frage gegen live streams live streams meistens am wochenende also live streams sind immer sehr sehr spontan werden meistens wahrscheinlich am wochenende irgendwie samstagabend sonntagabend vielleicht auch mal freitagabend aber das ist dann einfach da einfach mal aktiv sein wir versuchen dann auch immer bescheid zu geben über entweder youtube oder schaut in die beschreibung da ist noch der discord link kommt auf den discord server da werden wir nämlich auch bescheid geben dass ein live stream ist und ja das ist das sind die bisherigen geplanten projekte oder nicht eher nicht geplant projekte live streams ganz vielleicht also ich hab mich bei irgend so einem kleinen anderen youtuber mal bei so einem waro beworben vielleicht werden wir da genommen und bringen da noch ein paar videos aber das ist wirklich noch nicht sicher was noch dazu kommt ist dass wir jetzt quasi zwei special nicht minecraft folgen aufgenommen haben die nächste woche nächsten tagen wochen dann auch mal noch irgendwann kommen in tagen wochen naja das ist auf alle fälle das organisatorische ähm naja danke fürs zuschauen bis zum nächsten video ciao ja